wie zu weit weg wir haben mit dem neuen video heute mal eine sehr schwierige challenge was sehr schwierig für die ein oder andere für mich nicht so wenn man sich eingespielt hat damit so wir versuchen auf zwanziger sind ein werden sagen will ich die einen werden sagen ach krass ich zeige euch erstmal die einstellung wir sehen können 2020 zv empfindlichkeiten multiplikator abschirm 1,0 der paumlichkeit multiplikaten schützen ziel fernrohr schützen ist glaube ich für die sniper meister schütze ziel fernrohr ist halt sturmgewehrungen wie durch ein direkten schnelles spiel im deathmatch oder herrschaft ich habe schon nicht gesehen Spezial geschossen. Jetzt habe ich keinen Kriege. Was? Alle so One-Shot wegen wir alle. Ich verlange echt von mir gerade absolut 100 Plätze ab. Alle so Two. So. Was? Aaaaaah Mein Gott, habt ihr das gesehen? Das meinst ich mit der 20 Na hoch, genau Nein, als ob du da bist, nein, oh, er sitzt in der Ecke. Genau das, Mensch, habt ihr gesehen? Hättest du das gesehen, Bruder? Yo, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, Leute. Es hat seine Zeit gekostet, das Video zusammenzuschneiden. Das ist das erste Mal, dass ich das in diesem Format hier mache. Ich hoffe, euch hat das gefallen auf jeden Fall. Und ihr konntet einen kleinen Einblick verschaffen, wie es ist, auf der 20er Sendung zu zocken. Falls euch das Video gefallen hat. Ja, ciao. Ich weiß, es war nichts langes. Aber trotzdem könnt ihr mich abonnieren und mir einen fetten Like geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Like geben würdet. Und ein Abonnent wäre auch nicht schlecht. Also ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.